Also der Alltag war eigentlich dem zur Schule erstmal recht ähnlich gewesen. Der Stundenplan an sich war recht strukturiert. Das heißt, man hatte auch Vorgaben jetzt vom Stundenplan her. Es gab nicht allzu viele Wahlmöglichkeiten. Dazwischen hatte man auch immer mal ein paar Freistunden gehabt. Die haben wir dann meistens genutzt, um zu lernen und uns auf nächste Stunden vorzubereiten. Ansonsten war ich noch in der Fachschaft mit aktiv gewesen, habe da andere Studis auch aus anderen Semestern kennengelernt. Habe nebenbei noch gearbeitet, um ein bisschen Geld in die Lehrerkasse zu bringen. Ja und ansonsten war dann natürlich auch noch dementsprechend genug Zeit auch für die Freizeit abends gewesen. Also so viel hat mich eigentlich jetzt nicht überrascht, weil ich allgemein schon die Erwartung hatte, dass es in dem Sinne was härter wird jetzt das Studium im Gegensatz zur Schule, dass man halt mehr lernen muss, auch intensiver lernen muss, mehr Zeit dafür einbringen muss. Aber ja, da hatte ich eigentlich eine recht hohe Erwartungshaltung. Aber es ging dann eigentlich, also wie gesagt, zwar auch noch genug Zeit dann für Nebenjobs mit und Fachschaft und auch freizeitmäßig. Von daher ging das alles ganz gut unter einen Hut zu bringen. Die einzige Vorstellung, die man sonst vielleicht noch so als Studienanfänger hat, ist auch, dass man dann in einem riesigen Hörsaal sitzt mit einem Haufen anderer Studenten und da eher ein anonymes Lichtchen ist, sage ich mal. Aber das war dann eigentlich gar nicht so der Fall. Also es war so eine Mischung gewesen, aber es war auch viel, dass die Vorlesungen in Seminarräumen stattfanden, weil man dann Übungen zusammen hatte und dann auch eher in kleineren Gruppen, auch dass man die Professoren und Dezenten dann eher kennengelernt hat. Von daher, ja, also allzu viele Erwartungen hatte ich nicht und die paar, die ich hatte, waren dann doch nicht so schlimm. Also am Anfang habe ich da eigentlich nicht groß Unterschiede festgestellt, weil es vom Stundenplan schon recht ähnlich alles war. Also in der Schule hat man seinen vorgegebenen Stundenplan und hier an der FH Erfurt ist es eigentlich dementsprechend dasselbe, dass man auch einen vorgegebenen Stundenplan in den ersten Semestern erst mal hat. Von daher waren die Übereinstimmungen da recht groß gewesen. Aber dann so im weiteren Verlauf des Studiums ist zum Beispiel ein Aspekt noch mit die Gremientätigkeit. Also ich war in der Fachschaft mit aktiv und im Fakultätsrat zum Beispiel. Und das sind solche Sachen, die gibt es halt an der Schule nicht. Und darüber kann man sich halt auch mit einbringen, die Hochschule irgendwie mitbestimmen, sich selber für seinen eigenen Studiengang mit einsetzen und schauen, was für die Studis da am besten ist und die Interessen vertreten. Das war schon eine schöne Sache noch mit gewesen. Und dann auf jeden Fall noch diese Freiheit, die man hat. Das heißt, man hat dieses Selbstbestimmte. Man ist selber für sich verantwortlich, zu welchen Vorlesungen man geht. Ich hatte auch mal einen Fall gehabt, da hat sich eine Vorlesung schon mit dem überschnitten, was ich früher mal in der Berufsschule hatte. Und die Art der Vorlesung hat mir jetzt auch nicht so gefallen, dass es für mich noch mal so rüberkam. Und von daher habe ich das dann zu Hause im Selbststudio mir noch mal nachgearbeitet, was ich da für die Vorlesung brauchte. Und die Freiheit hat man halt in der Schule einfach nicht. Dann sagt einem der Lehrer, wann man da zu sein hat. Und wenn man nicht da ist, fällt man halt in dem Sinne negativ auf. Also Farbe ist erstmal zu sagen, dass ich vor einer Ausbildung als Speditionskauffrau gemacht habe nach der Schule. Und da hat man ja die Sache, dass man einmal die Anforderungen von der Schule hat und auf der anderen Seite natürlich auch die vom Unternehmen. Das heißt, man hat recht wenig Freiheiten in dem Ganzen. Und das wechselt sich dann, sobald man mit dem Studium beginnt. Also im Studium hat man viel mehr Freiheiten. Man kann selber entscheiden, ob man jetzt zur Vorlesung hingeht oder nicht. Wenn man nicht hingeht, arbeitet man das dementsprechend nach. Also man ist dann für sich selbst verantwortlich. Das war halt eine Sache, die mir sehr gut im Studium, vor allen Dingen im Bachelorstudium gefallen hatte. Mittlerweile bin ich jetzt im Master und da ist halt der Unterschied zum Bachelorstudium, dass man viel mehr Praxisnähe hat. Also im Bachelor ist es eher, dass man viele Vorlesungen hat und Übungen mit dazu. Und im Master ist es halt mehr der Fall, dass man sehr viele Gruppenarbeiten zusammen hat mit Praxisnähe, auch mit Industrieunternehmen zusammen. Und da wird man sehr gut vorbereitet auf das, was dann später kommt. Das ist zum einen am Ende des Semesters dann diese dreiwöchige Prüfungsphase, wo man eigentlich alle Studienleistungen dann erbringen muss. Also es gibt hin und wieder auch Studienleistungen, die während des Semesters erbracht werden. Aber das ist eher selten der Fall. Das meiste ist halt wirklich alles in diesen drei Wochen am Ende des Semesters. Und da kann es dann halt wirklich mal passieren, dass man zwei Tage ineinander eine Prüfung hat oder einen Tag Prüfung, nochmal einen Tag Pause und dann wieder Prüfung. Das ist dann halt schon so ein bisschen so ein Ausnahmezustand. Diese drei Wochen, wo dann echt nochmal stressmäßig alles gefordert ist. Aber die Zeit geht auch hinüber. Von daher, ich habe sie jetzt schon einige Mal überstanden. Und die zweite Sache ist dann auch noch schon im Hinblick jetzt auf den Master mit, dass man da sehr viele Gruppenarbeiten hat. Und diese Gruppenarbeiten sind oftmals in unterschiedlichen Konstellationen. Und da ist es dann wiederum schwierig, mit den unterschiedlichen Leuten immer wieder Termine zu finden. Wann hat man selber Zeit, auch noch neben der Arbeit vielleicht und dem Studium, sich mit den Leuten zu treffen und das alles unter Ihrem Hut zu bekommen. Da kann es dann schon mal ein bisschen so in die Abendstunden gehen, jemand da alles ausgearbeitet und fertig hat. Studieninteressierten würde ich allgemein die Empfehlung geben, sich auf Hochschulmessen zu informieren. Da hat man die Möglichkeit, dass sehr viele Hochschulen vor Ort sind, wo man sich einfach schon mal einen Überblick verschaffen kann, was für Hochschulen gibt es, wo sind die angesiedelt, was für Studienfächer bieten die auch an. Ansonsten ist auch noch von der Arbeitsagentur gibt es einen Studienführer, wo nochmal wirklich alle Studiengänge überhaupt drinstehen. Also wenn man gar keine Ahnung hat, den einfach erstmal schon mal durchblättern. Da kriegt man schon mal einen ganz guten Input, was es überhaupt gibt. Ansonsten, was jetzt hier die FH Erfurt betrifft, empfehle ich auch zum Hochschulinformationstag zu kommen. Der wird auch bei uns HIT genannt. Und da hat man dann die Möglichkeit, direkt mit Professoren und mit Studierenden zu sprechen. Das ist dann natürlich immer nochmal auf einer ganz anderen Ebene, als wenn man zum Beispiel nur vom Rechner zu Hause sitzt und erstmal durchscrollt. Da kriegt man dann noch viel andere Insider-Infos, die man vielleicht sonst so nicht bekommen würde. Und für alle anderen, also jetzt, was Erstsemester sind, die schon hier angefangen haben, empfehle ich immer, diese Einstiegskurse wahrzunehmen. Also wenn für euren Studiengang Mathe, Physik oder Chemie vorausgesetzt wird, gibt es da meistens Einstiegskurse. Die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Da lernt man schon mal Kommilitonen kennen, wird auch vom Wissensstand her so ein bisschen angepasst. Ja, das ist eine Sache mit. Und ansonsten fand ich für mich persönlich noch ziemlich gut den Fachschaftsrat. Da war ich auch von Anfang an eigentlich mit drin. Und dann lernt man aus allen Semestern Leute von seinem eigenen Studiengang kennen und ist da schon mal ziemlich gut integriert dann gleich mit in den Studienalltag. Kollege, ich habe ja bei den Studiengang mit wie viele Ängste Kortgeber oder wie viele Ängste Kortgeber hat. Da war ich auch von Anfang an die Küchengeber oder mit der Küchengeber oder wie viele Ängste Kortgeber oder wie viele Ängste Kortgeber Untertitelung des ZDF, 2020